Wenn man aus Riga Richtung Süden fährt, gibt es viele, viele kleine Orte, direkt an der Küste. In so einem bin ich jetzt gerade. Und da stehen auch noch so ganz alte Häuser, in diesem typischen Stil, wie er hier um die vorletzte Jahrhundertwende üblich war. Und von hier aus ist es auch nicht weit bis ans Meer. Ich nehme das jetzt bewusst in Schwarz-Weiß auf, um so ein bisschen dieses Gefühl zu vermitteln, wie aus einer alten Zeit, aus einer früheren. Und von hier aus ist es, wie aus der Küste ist, wie aus der Küste ist. So, das war jetzt einmal so ein Rundumblick.